Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, effektive Werbung anzunehmen bei Wulfert Zischkolben in der Tervagardesund an dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an. Und jetzt geht's los. Ich darf erst mal einen Mittellandhirsch suchen. An dieser Stelle der Hinweis, dass falls euch das Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder mich abonnieren, würde mich sehr freuen. So, da ist auch schon der Mittellandhirsch. Nun müsst ihr hier zu ihm gehen, euch umdrehen, das euch quasi in den Rücken haut. Und dann die Kamera aktivieren, die Selfie-Kamera. Solltet ihr auch im Inventar haben, falls es bei euch nicht bei der Quest angeheftet ist. Also kriege ich sie an und dann einfach die Eins drücken. Ihr seht, die Mittellandhirsch ist abgehackt. Dann einfach verlassen. Und dann darf man ihn töten. Was auch euch hilft, ist, wenn ihr das Video teilt. Weil je mehr Leute das Video kennen, beziehungsweise auch den Kanal, umso mehr können euch antworten, falls ihr Fragen haben solltet. Hier ist der Wasserfall. Hier muss man sich auch umdrehen. Die Kamera aktivieren. Und die Eins drücken. Lassen. Weiter geht's. Da mache ich als nächstes den Geysir. Wieder umdrehen. So. Hoffentlich klappt es jetzt. Und die Eins. Geysir abgebildet. Perfekt. Verlassen. Dann brauchen wir noch ein Rostfellwolf. Wunderbar. Hier ist auch schon einer. Mal schauen, ob der Schlafende zählt. Wenn nicht, muss man einen herumlaufenden finden. Umdrehen. Beziehungsweise er muss hinter euch sein, damit er beim Selfie auf dem Bild ist. Hat gezählt. Perfekt. Muss nicht einmal kämpfen. Und jetzt noch den kaputten Roboter knipsen. Da ist er auch schon. drücken. Dann mache ich auch die Map auf, damit ihr seht, wo ich gerade bin. Die Visa. Wie auch bei den Motiven davor. umdrehen, sodass er hinter euch ist. Kamera aktivieren. Und knipsen. So. Damit ist die Quest bereit zur Abgabe. gleich bin ich beim Abgabe NPC. Die Quest ist abzugeben. Bei Wohlfahrt Tischkolben in der Thiragardesund an dieser Position. Ihr seht ja, wo ich stehe. Ich hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao. Ciao.